Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Latents Mystery Journey, Cat Riel und die Verschwörung der Millionäre. Im letzten Part konnten wir uns endlich Reggie Directors neuestes Meisterwerk anschauen, nämlich Volldarm voraus, Torpedo der Liebe. Aber leider wurde da die allerletzte Szene, die Kussszene, nämlich rausgeschnitten und gestohlen oder sowas, keine Ahnung. Also wirklich ein sehr, sehr interessanter Fall. Und wir wollen am besten gleich mal auch dann mit Reggie Director sprechen, um zu gucken, was er jetzt dazu zu sagen hat. Ach, mein Film, mein Magnum Opus. Bitte, Mr. Rector, keine Sorge. Ich werde den Täter, der für den Diebstahl der letzten Szene verantwortlich ist, persönlich aufspüren. Nein, werden sie nicht, weil ich ihn nämlich als Erste aufspüren werde, Cat Riel. Sehr professionell, die Dame, sehr professionell. Sie war perfekt. Ich habe euch jedes Detail vervollkommnet, bevor ich einer Vorführung zugestimmt habe und jetzt sowas. Die Negative sind doch sicher noch da. Können sie nicht eine neue Filmrolle für eine weitere Vorführung herstellen lassen? Aber haben sie nicht die Reaktion des Publikums gesehen? Die Leute waren frustriert. Ohne diese letzte Szene ist die ganze Geschichte nicht rund. Ich wollte dem Publikum den perfekten Film geben. Ich habe mein ganzes Leben in dieses Projekt gesteckt. Mit Herz und Seele war ich dabei. Wir verstehen schon, Mr. Rector, aber lassen Sie sich davon nicht zu sehr herunterziehen. Ich werde den Täter aufspüren, keine Sorge. Ich soll versuchen, mir die drunterziehen zu lassen? Sind Sie verrückt? Das ist ein Desaster. Ein Schlag wie dieser, noch vor dem offiziellen Kinostart, kann der Todesstoß für einen Film sein. Und gerade dachte ich noch, das wäre mein großer Durchbruch. Endlich war ich bei den Spitzenstudios. Ach, jetzt werde ich wieder aus Spahn und Klausern müssen. Was soll ich denn jetzt den ganzen Leuten aus meiner Crew sagen? Ich dachte doch, ich könnte ihnen endlich das zahlen, was sie verdienen. Das ist schrecklich. Oh. Bitte versuchen Sie, sich zu beruhigen. Verraten Sie mir doch erstmal, ob Sie irgendeinen Verdacht haben, wer dafür verantwortlich sein könnte. Verantwortlich für diese Schändung meines Werks? Offensichtlich muss das wohl wer sein, der meine Filme nicht mag. Ach, wie soll ich meiner Crew ins Gesicht ziehen? Oder meiner Frau? Sie konnten es doch alle kaum erwarten, wie das Publikum reagieren würde. Ach, wenn sich doch der Boden auftun könnte, um mich zu verschlingen. Ich, ich, ich wünschte, ich wäre jetzt auf diesem U-Boot und ich würde untergehen. Oh. Ähm, ja. Nun, danke für Ihre Zeit, Mr. Rector. Oh, da tut mir voll leid. Unter, oh, untergehen. Oh, Mann, ey. Oh je, das ist wirklich ein schwerer Schlag für ihn, oder? Ja, es ist fast schon wieder komisch. Ich gebe auf. Ich versuche noch einmal mit ihm zu sprechen, sobald er sich beruhigt hat. Man kann es dem Kerl wohl kaum vorwerfen, dass er so verzweifelt ist. Der Film hat ihm wirklich viel bedeutet. Und er ist nicht der Einzige, den die Geschehnisse erschüttert haben. Ich bin ja selbst ein wenig angefressen. Tja, das kann ich mir denken. Es wird sich ja schließlich auf die Kartenverkäufe auswirken. Oh, ho, ho, mir gefällt die Art, wie sie denken. Aber es geht nicht nur darum. Ich bin selbst ein großer Fan von Rectors Werk. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, dass die ganze Welt endlich sehen kann, was für ein großartiger Regisseur er ist. Nach den Geschehnissen hier könnte all dieses Talent vergeudet sein, wenn wir nicht vorsichtig sind. Sie damit sollten daher lieber losgehen und herausfinden, was mit der gestohlenen Szene passiert ist. Wenn es hilft, kann ich Ihnen Zugang zu allen Teilen des Kinos gewähren. Ach, ich werde der Sicherheit einfach sagen, dass Sie freie Hand haben. Hinten gibt es den Vorführraum. Normalerweise ist dort der Zutritt verboten. Aber nötigenfalls können Sie ja auch dort gerne ermitteln. Ja, es kann durchaus sein, dass wir dort Hinweise finden. Deswegen vielen Dank. Der Vorführraum? Aha, vielen Dank, Mr. Heller. Worauf warten wir noch? Dann marschieren wir lieber mal schnell zum Vorführraum. Ja, da hast du recht. Wir sollten unsere Ermittlungen mit einer Untersuchung der Filmrolle beginnen. Hm. Stimmt etwas nicht, Emiliana? Ich bin von Ihnen ja irrationales Verhalten gewohnt, Catriel. Aber sprechen Sie jetzt wirklich mit Ihrem Hund? Okay, Sie kann ihn auch nicht verstehen. Ja, das ist echt Balsam für die Seele. Sie sollten es selbst mal ausprobieren. Aber egal. Wollen Sie mit uns in den Vorführraum kommen? Nein, ich werde meine Ermittlungen zunächst woanders fortsetzen. Amateure haben die Tendenz, mich abzulenken. Und dann könnte mir etwas Entscheidendes entgehen. Das ist ziemlich fies, weißt du das eigentlich? Wissen Sie, Catriel, jeder Verbrecher, mag er noch so vorsichtig sein, hinterlässt eine Spur verräterischer Hinweise, wenn er sein Verbrechen begeht. Natürlich kann nur eine erfahrene Profilerin wie ich diese Spuren lesen. Deshalb werde ich diesen Fall weit vor Ihnen lösen und beweisen, dass meine Vorgehensweise der Ihren überlegen ist. Ich freue mich schon darauf. Verhöhnen Sie mich nicht, Wabine. Sie werden es ja bald sehen. Ich wollte Sie gar nicht verhöhnen. Ich freue mich wirklich darauf. Hm, Alora, bis später, Catriel. Aber versuchen Sie bitte, den Tatort nicht zu sehr durcheinander zu bringen, ja? Okay, Catriel freut sich anscheinend auf die Herausforderung. Finde ich ganz cool, weil ich mag ja auch Herausforderungen. Warum denn nicht? So. Die Frage ist, kann ich jetzt eigentlich hier noch mehr entdecken? Ich meine, wir haben es ja schon umgesehen, deswegen... Ich glaube... Okay, ich kann nochmal das hier machen, aber passiert nichts mehr. Ich werde mal kurz mit einer anderen sprechen. Ich glaube zwar nicht, dass Sie Rätsel haben, aber vielleicht ja doch. Kann ja sein. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, sich überall umzusehen. Ja, okay. Und sagst du noch irgendwas, Emilianer? Anscheinend auch nicht. Also dann, bla bla bla. Vor allem, dass wir auf Möchtegern-Detektive verzichten können. Ja, ja, sei still. Blöde Kuh. Sorry, aber ist so. Gut, dann werden wir uns gleich mal umgucken. Übrigens, ich habe vergessen, mir die Notizen durchzulesen. Das machen wir noch schnell. Das wollte ich eigentlich machen. Und so hier, Popcorn-Katastrophe. Eine Tragödie. Während wir uns im Safelor den Lürfen vorstellten, verpasste ich die Chance, das Durian-Popcorn zu kosten. Auf das ich mich so gefreut hatte. Dann fing der Film an und wir mussten in den Vorfusserl gehen. Aber noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja, ich frage mich ja, ob sie jetzt hier in dem Fall dann nochmal irgendwann an das Durian-Popcorn herankommen wird, die Kat. Mal schauen. Und dann hier, Cinema Paradiso. Wer hätte das ahnen können? In einem unerhörten Akt der Dreistigkeit wurde die letzte Szene mit dem alles entscheidenden Kuss gestohlen. Wer macht denn bitte so etwas? Und warum? Nur gut, dass eine Detektivin im Haus ist. Ja, ich frage mich vor allem auch, warum. Aber wird sich dann hoffentlich schon noch klären. Eine Kulösität haben wir im letzten Mal übrigens auch erhalten. Nämlich, furchterregende Figur. Eine seltene Figur aus einem der alten Kultfilme von Reggie, die Rector. Okay, das sieht fast ein bisschen aus wie ein Pokémon, finde ich. Irgendwie das Ding. Sehr interessant auf jeden Fall. Gut. Ja, dann gehen wir am besten auch gleich weiter, würde ich sagen. In den Vorführraum. Obwohl ich auch nochmal eigentlich ganz gerne kurz sogar fast zurückgehen wollen würde. Weil da ja jetzt vielleicht neue Rätsel aufgetaucht sind, nachdem wir jetzt den Film angesehen haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm. Obwohl hier aber gar niemand mehr steht. Ja gut, dann doch eher weniger. Aber vielleicht auch hier bei der Snackbude. Vielleicht kommen wir jetzt doch an der Story an Popcorn heran. Wir können doch mal kurz gucken. Ja, hier ist auf jeden Fall jetzt die Lobonida. Und übrigens, ähm. Ich werde sie jetzt doch wieder Lobonida aussprechen und nicht mehr Lobonida. Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Weil, ähm. Ich habe mir auf jeden Fall nochmal die Szene in Fall 2 angeschaut, wo dann Cat alles aufgelöst hat. Und die Cat Riel hat da auch einmal diesen Namen ausgesprochen. Und sie hat Lobonida gesagt. Während aber Hastings Lobonida gesagt hat. Also die beiden haben das auch unterschiedlich ausgesprochen. Also es ist auch tatsächlich so, dass das Spiel selber nicht ganz weiß, wie jetzt Lobonida ausgesprochen werden soll. Und dann werde ich doch bei meiner ersten Aussprache bleiben, weil ich auch die ein bisschen natürlicher finde. Und dann eben Lobonida auch weiterhin sagen. Du, dass euch da nicht wundert. Gut. Weißt du nur irgendwas da und wieder? Oh, hallo Cat Riel. Was für ein schrecklicher Vorfall. Ich fasse es nicht, dass jemand das Ende des Films stehlen würde. Ich traue mich gar nicht zu fragen, Pip. Ist das noch einer von ihren Tricks? Nein. Aber warum sind sie dann noch hier im Kino? Der Täter kehrt oft an den Tatort zurück, wissen Sie? Nein, nein. Ich war nur der Meinung, es wäre meine Pflicht als Bürgermeisterin, die Wogen zu glätten, nachdem es ihr diesen Tumult gab. Ah, aber wir wissen doch schon, dass Sie einen ordentlichen Tumult durchaus zu schätzen wissen, oder? Wie zum Beispiel den Tumult beim Fest. Nein, nein, nein. Okay, ja Cat Riel ärgert sich da auch gerne ein bisschen. Und weißt du irgendwas Neues? Oh, Sie sind immer noch hier. Darf ich fragen, was Sie hier tun, Frau von Doppelfund? Sind Sie nicht auf dem Weg nach Hause, weil die Vorführung abgesagt wurde? Haha, große Güte, nein. Doch nicht bevor ich zumindest beim Popcorn gegessen habe. Ach, sie wissen es auch unbedingt. Dieses reichhaltige, butterige Aroma. Butterige? Ist das ein Wort? Butterig? Keine Ahnung. Und dieser intensive, eindringliche Geruch von Durian, der aus den Tiefen des Eimers heraufwalt. Ich habe schon Gerichte aus aller Welt gekostet. Doch selbst mir verschlägt es die Sprache, ob dieses kulinarischen Geniestreichs. Ein intensiver, eindringlicher Geruch? Echt? Oh, ich wusste, dass es atemberaubend sein würde. Ich muss es probieren. Natürlich. Okay, aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir jetzt doch mal endlich weiter in den Vorführraum, wo wir auch hingehen sollen. Ein kleiner Raum, von dem aus der Film auf die Leinwand projiziert wird. Okay. Ja, und eventuell finden wir dann dort vielleicht schon unseren ersten Hinweis. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mal schauen. So sieht also ein Vorführraum von innen aus. Das sind aber viele Geräte. Ähm, hi, Mr. Rollins. Ähm, entschuldigen Sie, aber der Zutritt hier ist nur für Personal. Ich muss Sie daher bitten, wieder zu gehen. Hm, ich frage mich, was dieses Gerät wohl macht? Halt! Fassen Sie ja nicht Albertina an! Albertina? Äh, Albertina? Ja, Albertina. Sie ist noch brandneu. Wenn Sie sich anfassen, könnte das Ihre Ausrichtung verändern. Sie ist sehr launisch. Nicht wie die alte Rosalinda hier neben mir. Sie hat ein wesentlich besseres Benehmen. Sie ist richtig kugelsicher. Albertina hingegen ist empfindlich. Okay, er hat den Geräten Namen gegeben. Oder so. Der ist anscheinend auch so ein bisschen crazy. Aber gut. Oho, ich rieche einen Spinner. Ja, genau. Ich habe mir auch gerade gedacht. Schall richtig. Bei diesem Kerl sind ja mehr Schrauben locker als an seinen Apparaten. Albertina und Rosalinda? Sie haben sich ja wunderbare Namen für Ihre Maschinen hier überlegt. Nicht anfassen. Bitte. Sonst muss ich darauf bestehen, dass Sie auf der Stelle gehen. Es ist schon in Ordnung. Mr. Heller hat uns erlaubt, hier zu ermitteln. Ermitteln? Entschuldigen Sie. Ich hätte mich vorstellen sollen. Mein Name ist Catria Layton und ich komme von der Detektei Layton. Das sind meine Assistenten Ernest und Schurl. Wir untersuchen das Verschwinden der letzten Szene von Torpedo der Liebe. Würden Sie uns verraten, wer Sie sind? Ich vermute ein technischer Mitarbeiter hier aus dem Kino, oder? Oh ja, ich bin Seymour, ähm, Seymour glaube ich, Rollins. Ich bin der Filmvorführer des Safe-Loy. Ich verstehe. Und was genau machen Sie hier? Ähm, nun Mist, als Filmvorführer bin ich dafür zuständig, die Filme... Nee, Ernest spricht jetzt, ne? ...die Filme vorzubereiten und die Ausrüstung während der Vorführungen zu überwachen. Hä, warum spricht jetzt Ernest? Ich muss schon sagen, das klingt nach einem fabelhaften Beruf. Allein schon wegen der ganzen Filme, die man sehen kann. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Als Filmvorführer hat man eine große Verantwortung und muss jedes Detail im Blick haben. Ich muss ständig den laufenden Film im Auge behalten, die Geräte nachjustieren und sicherstellen, dass der Projektor immer genau die richtige Position hat. In meinem Beruf hat man wirklich keine Pausen. Man muss nicht nur genau auf die Zeichen für die Überblendung achten, sondern auch bereit für den Rollenwechsel sein. Ja, holla, das klingt aber schrecklich kompliziert. Ist es auch. Aber trotzdem bin ich kein anderer im Beruf auf der Welt. Ich bin hier glücklich, umgeben von meinen Apparaten, von Rosa Lünder und der anderen da. Aber die Leute halten es für Kinderkram und das ist es nicht. Es klingt eher so, als ob er mehr an seinen Geräten als an den gezeigten Filmen interessiert wäre. Ja, ich glaube, wir müssen diesem Herrn Rollins noch ein paar weitere Fragen stellen. Okay. Aber erst mal umgucken, weil hier bestimmt wieder auch irgendwo ein verstecktes Rätsel sein wird. Das war ja bisher fast immer so. Ähm, ja, gucken wir erstmal wieder die unauffälligeren Dinge an. Wie zum Beispiel das Gerät hier einfach mal. Okay, das ist auffällig. Alles klar. Sie kümmern sich wirklich aufopferungsvoll um ihre Geräte, oder Mr. Rollins? Die glänzen ja richtig. Natürlich tue ich das. Es ist entscheidend, dass die Ausrüstung hier rund um die Uhr perfekt funktioniert. Das umfasst natürlich auch die, ähm, Charlotte-Schwestern. Och, Mann, ey. Die Charlotte-Schwestern? Sind das ihre Assistentinnen? Ähm, ich glaube, Miss, das sind die Namen der Filmrollen. Oh, haha. Ja, jetzt verstehe ich es. Charlotte ist aber eigentlich ein guter Name für eine Filmrolle. Findest du? Also mir erschließt sich das überhaupt nicht. Okay. Ähm, wenn ich mir jetzt das angucke, kommt da ein anderes Gespräch oder dasselbe? Das weiß ich nicht genau. Das ist also, ähm, ah ne, das ist Albertina. Stimmt's? Nein, 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 das ist Rosalinda. Albertina steht daneben. Oh, ich bitte um Verzeihung. Schauen Sie mal, man kann es ganz leicht erkennen. Albertina hat die wunderschönen Kurven, Rosalinda die glänzende Haut. Irre, vollkommen irre. Mann, ey. Natürlich hört Albertina nicht immer auf das, was man ihr sagt. Aber das ist nur Teil ihres Charmes. Und ist das so? Ich, ich verstehe. Ah, ja. Okay, alles klar. So, ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hier dieser, ist das ein Papagei? Ich glaube schon, oder? Ne, keine Ahnung, auf jeden Fall dieser Vogel hier, der da drin ist. Dass der ein Rätsel für uns hat. Mal gucken. Hier kann ich übrigens dran ziehen. Ah ne, hier ist ein Rätsel. What? Okay. Na gut. Ah, eine Dachluke. Das sollte man sich genauer ansehen. Hast du was gefunden, Ernest? Ich wusste es doch. Da drin ist ein Rätsel versteckt. Miss, schau. Okay. Sehr schön. Ein Rätsel in der Dachluke. Warum denn nicht? Es ist nämlich Rätsel 35 für 30 Pikarat. Die verschlossene Tür. Okay, kurzer Text. Eine versiegelte Tür im Herzen der Ruinen wartet stumm darauf, von interessierten Forschern geöffnet zu werden. Kannst du die Tür öffnen? Das ist interessant, dass wir keine weiteren Hinweise bekommen. Ansonsten stehen in der Angabe meistens tausend verschiedene Sätze, die uns alles mögliche erklären sollen. Aber hier steht einfach nur öffne die Tür. Mach irgendwas quasi. Und was genau wir tun sollen, haben wir eigentlich keine Ahnung. Okay. Also erst mal so ein bisschen rumklicken. Ich sehe hier zwei so auffällige Knöpfe. Ne, passiert aber nichts. Okay. Wenn ich die Tür anklicke, passiert auch nichts. Das Auge da oben? Auch nicht. Aha. Keine Ahnung. Ich kann mal einfach noch weiterhin irgendwo hin. Weil ich meine, irgendwas muss ja allein durch Klicken schon passieren können. Ich glaube nämlich nicht, dass ich irgendwas drehen oder verschieben kann. Weil ich meine, wenn ich irgendwas hätte drehen oder verschieben können, dann wäre mir das ja angezeigt worden, oder? Im Herzen der Ruinen wartet stumm darauf, von interessierten Forschern geöffnet zu werden. Kannst du die Tür öffnen? Ich kann ja auch nicht auf Bestätigen gehen oder so. Deswegen, ich muss wirklich einfach rumklicken. Und gucken, dass ich hier irgendwas Tolles dann machen kann. Ähm. Ähm. Okay. Das ist irgendwie komisch. Weil ich habe doch jetzt schon alles abgeklickt, oder? Ich meine, das Gute ist ja auch, dass ihr sehen könnt, wo ich immer hinklicke. Und ich habe doch jetzt schon alles, oder? Irgendwie schon. Vor allem auch alle auffälligen Orte, finde ich. Mal die Tür etwas genauer. Wieder schön die Schlangenlinien-Technik, wie immer. Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Überhaupt keine Ahnung. Kann ich noch irgendwelche Knöpfe drücken? Ich meine, ich habe ja auf dem 3DS auch Knöpfe. Obwohl halt die letzten Spiele meistens nur mit Touchscreen funktionieren. Nee, aber bei Knöpfen zu drücken, passiert auch nichts. Ähm. Notizen kann ich mir noch machen. Aber was bringen mir hier Notizen? Das ist eine große Preisfrage. Nee, nichts. Puh, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Nochmal den Text durchlesen. Eine versiegelte Tür im Herzen der Ruinen wartet stumm darauf, von interessierten Forschern geöffnet zu werden. Kannst du die Tür öffnen? Sie wartet stumm darauf. Hm. Muss man einfach für längere Zeit gar nichts tun? Das ist irgendwie auch komisch, finde ich. Einfach nur davorstehen und nichts machen? Das kann ich mir irgendwie auch nicht wirklich vorstellen. Eine weitere etwas skurrile Möglichkeit wäre es vielleicht noch, ins Mikro reinzupusten. Und dass dann irgendwas passiert. Oder so. Das wäre ein bisschen seltsam. Ähm. Ich kann es mal kurz probieren. Ne. Passiert auch nichts. Ich habe keinem lassen Schimmer, was ich tun muss. Überhaupt nicht. Okay, ja. Dann werde ich hier auch Tipps benutzen müssen. Weil ich da auch zu blöd bin. Weil ich jetzt schon alles angetippt habe. Und auch alles mit dem 3DS gemacht habe, was irgendwie so geht. Und ich bin jetzt dann leider ratlos. Und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Okay, ich brauche Hinweise. Äh, ne. Auf Ja will ich gehen. Ja. Es steht irgendwo geschrieben, wie man die Tür öffnet. Es steht irgendwo geschrieben, wie man die Tür öffnet. Ist das so? Das ist interessant. Hm. Ich meine, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist hier diese beiden Dinger. Hier das hier. Und das hier. Das sieht ein bisschen aus wie Pfeile. Muss ich da vielleicht dann doch ziehen irgendwie? Weil das habe ich noch nicht so wirklich viel probiert. Weil ich habe bisher immer nur geklickt. Aber ich habe noch nicht so viel auf den Bildschirm hin und her gezogen. Aber ich wüsste auch nicht, was ich hier ziehen sollte. Das ist irgendwie immer noch alles komisch. Und vor allem, der Tipp sagte ja, dass irgendwo geschrieben steht, wie man sie öffnet. Werden wir denn auf dem Topscreen vielleicht weitere Informationen angezeigt? Die werden dann irgendwelche Hinweise geben, wie ich die öffnen kann? Ähm. Keine Ahnung. Ich sehe auf jeden Fall keine. Nee, ich weiß es nicht. Nee, ich brauche noch einen Tipp. Ja. Drücke immer weiter und öffne die Tür. Genauso kann die Tür geöffnet werden. Drücke immer weiter und öffne die Tür. Und wo genau wird mir das gesagt? Hier steht ja nicht. Immer weiter drücken. Okay, also einfach jetzt hier so ein bisschen tausendmal draufhauen, oder wie. Und dann irgendwann wird sie sich öffnen. Das halte ich jetzt aber auch eher für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Dass das funktionieren wird. Das ist irgendwie komisch, das Rätsel, ne? Hier dann doch eher auf die, auf die Knöpfe hier, weil ich mir die Knöpfe sind ja schon auffällig, ne? Vielleicht muss ich die Knöpfe hier in irgendeiner bestimmten Reihenfolge drücken oder so. Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ich brauche einen dritten Tipp auch noch. Ja. Höre nicht auf, auf die Tür zu drücken. Ja, und wie lange soll ich das jetzt machen? Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, hier fünf Minuten zu sitzen und immer nur hier drauf zu tippen. Achso, aber übrigens, was ich gerade sehen kann, es steht ja wieder mal hier direkt bei diesem Text, den ihr ganz oben auf dem Bildschirm lesen könnt. Drücke immer weiter und öffne die Tür. Und da steht es eben schon geschrieben. Ja, also da sollte ich wirklich häufiger drauf achten, ne? Das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass ich nicht immer nur mir halt die Angabe durchlesen sollte, sondern auch diesen einen kleinen Satz, der da immer noch so zwischendrin dann eben steht, den wir jetzt gerade oben lesen können. Drücke immer weiter und öffne die Tür. Da muss ich wirklich häufiger dran denken, mir auch den immer durchzulesen, weil bei dem tatsächlich noch häufig Sachen stehen, die ja auch in der Angabe gar nicht erwähnt werden. Ja. Ich habe jetzt mal, dann wie gesagt, keinen Bock mehr jetzt hier noch 100 Jahre zu sitzen. Ich will es dann schon mal irgendwann nicht auch weiterkommen, ne? Mache ich immer noch irgendwas falsch? Irgendwie schon, ne? Habe ich den Eindruck. Vielleicht muss ich auch jeden Punkt einmal abgeklickt haben. Ne, das kann auch nicht sein. Drücke immer weiter und öffne die Tür und niemals aufhören. Toll. Ja, ne? Das ist auch spannend eigentlich, ne? Ja, gut. Ne, ich nehme den ersten Tipp auch noch, weil vielleicht muss ich doch irgendwas anderes machen. Ich habe keinen Peil. Ich weiß es nicht. Es dauert ein wenig, bis die Tür sich öffnet. Halte sie weiter gedrückt. Ach, gedrückt halten. Gedrückt halten. Das ist der Trick. So. Ah. Okay. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Yay. Das war also auch irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Das war zwar schon auch ein kreativer Ansatz, den man hier benutzen musste. Da ist halt einfach etwas, wo man nicht so wirklich dran denkt, das gedrückt zu halten, ne? Ehrlich gesagt. Weil ansonsten ist halt immer so, dass man halt häufig irgendwo hin tippen muss. Aber das gedrückt zu halten ist schon etwas, wo man jetzt nicht sofort dran denkt. Und deswegen war es schon, wie gesagt, ein kreativer Ansatz, den man benutzen musste. Aber ich fand es trotzdem irgendwie komisch, das Rätsel. Aber okay. Gut gedrückt ist ganz gewonnen. Die versiegelte Tür ist offen. Sie hat ohne größeren Widerstand ihre Rolle als Hüterin des Schatzes aufgegeben. Okay. So. Oh, reife Leistung, Mist. Das war ein inspirierender Anblick. Das Rätsel ist gelöst, aber es ist nach wie vor ein Geheimnis, was sich hinter dieser Luke verbirgt. Hm. Ja, die werden wir auch nicht öffnen anscheinend. Schade. So, aber dann möchte ich mich auf jeden Fall noch weiter hinten gucken. Hier ist bestimmt eine Hinweismünze, genau. Das war schon zu erwarten bei der Lampe. Und das ist wieder hier. Das ist wieder die Maschine. Nein, das ist nicht die Maschine. Das ist was anderes hier. Okay. Hier sind aber ziemlich viele Filmrollen. Sieht ganzer aus, als hätte man sie weggeschmissen. Oh, das könnten ja berühmte Filme der Vergangenheit sein. Was für ein Schatz. Das sieht schon mehr, wie dein Schreibtisch aus, Cat. Ein Schubs und der ganze Turm stürzt ein. Das stimmt natürlich, ja. Hier bei den Schubladen, da ist auch noch was. Das wusste ich schon, genau. Auch eine Hinweismünze, ja. Das war zu erwarten. Hier bei der Tür. Hinter dieser kleinen Tür scheint es eine Art Lagerraum zu geben. Alte Filmrollen, Vorführausrüstung, lauter Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Oh nein, ich kriege diesen ganzen Staub in die Schnau... Na, na... Natschi, Schnauze. Ach manne. So, und hier ist auch noch was. Ich vermute, das ist ein Schnitttisch, damit man den Film prüfen kann, bevor er in den Projektor kommt. Mit den Handschuhen vermeidet man vermutlich Fingerabdrücke auf dem Film. Das runde Ding dreht sich, wenn man es berührt. Schaut mal, was für ein Spaß. Da freut er sich. So. Ein Eimer Maschinenpolitur. Das sieht ja aus wie eine Einkaufsliste. Abgesehen von einer dünnen Staubschicht wirkt alles sehr ordentlich. Dieser Tisch ist hundertmal ordentlicher als deiner Cat. Nimm dir das mal als Vorbild. Okay. Haben wir es glaube ich so das Auffälligste angesehen. Aber es fehlen noch ein paar Sachen, nämlich eher. Dann noch das hier und noch der Vogel hier. Erstmal das hier. Aha. Da finden wir verschlissene Filmklappe. Alles klar. Dann erstmal noch hier mit dem Vogel sprechen wir. Okay, wir sprechen jetzt aber doch mit ihm. Oh, schau mal, Miss Layton. Da ist ein Vogel im Käfig. Ich glaube, das ist ein Beo. Okay, ich habe noch nicht mal von dieser Vogelart gehört. Deswegen mit Papagei lag ich daneben. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht so vorgewillt ist wie gewisse andere Leute in diesem Raum? Bios können doch auch sprechen, oder nicht? Ah, okay. Ja, das stimmt. Ich könnte wetten, dass er alles mögliche sagen kann. Nicht wahr, Mr. Rollins? Ja, ich habe dem Schnabeltier ein paar Worte beigebracht. Warum stellst du dich nicht vor, Schnabeltier? Mach schon, sag Hallo. Hallo, ich bin das Schnabeltier. Habe Schnabel, bin ein Tier. Oh. Er kann ja wirklich sprechen. Na und? Bios können nun mal sprechen. Aber sprechende Hunde, das ist mal was ausgefallenes. Hätten Sie was dagegen, wenn wir auch mal versuchen, ihn dazu zu bringen, etwas zu sagen? Nein, machen Sie nur. Er ist ziemlich schlau. Wahrscheinlich spricht er auch mit Ihnen. Oh, wunderbar. Na komm, Miss, versuchen wir's. Das wird ein Brüller. Okay. Okay, jetzt muss ich mir noch zwei weitere Sachen angucken. Interessant. Ja, dann nochmal gleich, würde ich sagen. Hallo, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Er ist sehr höflich, nicht wahr? Sheryl, warum versuchst du nicht mal mit ihm zu sprechen? Vielleicht versteht ihr einander ja. Sprichst du etwas, Vahili? Nur weil du auch ein Mensch bist? Ich spreche nur Hund, nicht Vogel. Oh Mann, ey. Ist das so? Das hast du mir bisher aber verschwiegen. Ja, das ist aber eigentlich komisch, weil hat sich Sheryl nicht mit der einen Katze da ein bisschen unterhalten können? Ja, das war aber auch nur so halb, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast mir ja auch nie gesagt, ob du so auch Heli sprichst. Der Punkt ist einfach, dass ich bisher nur sehr wenige Menschen getroffen habe, die verstehen, was ich sage. Vielleicht gibt es aber da draußen ein paar Vögel oder Katzen, die mich auch verstehen können. Aber falls sie es gibt, sind sie mir bisher noch nicht begegnet. Hm, mir war gar nicht bewusst, dass es alle möglichen Einschränkungen für das gibt, was du kannst oder nicht kannst. Was für eine Enttäuschung. Aber sicher, ich bin ja so eine Enttäuschung, weil Sprechende Hunde sowas Gewöhnliches sind. Naja, ich schätze, dann werde ich selbst mit dem Vogel sprechen müssen. Also, Schnabeltier, hast du den Filmdieb gesehen? Dieb gesehen, Dieb gesehen. Potzblitz, wirklich? Wer war es? Wer war es? Wer war es? Ja, wer war es? Er war es, er war es. Ernest war das natürlich nicht. Ähm, natürlich nicht, natürlich nicht. Haha, wer ist jetzt ein Schlaumeier? Wer ist jetzt ein Schlaumeier? Verarscht ihr uns gerade? Meine Güte, jetzt ist der auch noch witzig. Erstaunlich. Ja, zum Todlachen. Ich hatte es Ihnen ja gesagt, das Schnabeltier ist ziemlich schlau, ein echter Genie. Na gut, Schnabeltier, wenn du so schlau bist, verstehst du bestimmt auch, wenn ich dir erkläre, was ich mit dir an stelle, falls du dich nochmal über mich lustig machst. Äh, ruf den Tierschutz, ruf den Tierschutz. Ähm, Slayton, denk daran, er ist nur ein Vogel, er mag wie ein Mensch sprechen, aber wir können ihn nicht wie einen behandeln. Puff. Schnabeltier-Tunger, Schnabeltier-Tunger, Popcorn, Popcorn. Tut mir leid, Schnabeltier, aber uns ist das Popcorn ausgegangen. Hm. Oh, ja, aber sicher. Was ist denn, Mist? Hast du die Nuss geknackt? Bist du schon zum Kern des Falls vorgedrungen? Noch nicht wirklich, glaube ich. Nein, nein, zu etwas sehr viel Wichtigerem, zu essen. Ach, im Ernst? Ich hatte glatt vergessen, dass ich ja die ganze Zeit schon Dorian-Popcorn probieren wollte. Ich wusste es. Ah, ja, doch ein Hinweis. Okay. Nämlich? Ach, Bio, okay. Setz ein Hinweis korrekt ein. Alles klar. Yay. So. Wir haben also einen sprechenden Bio, ja, der uns jetzt aber nicht so viel verraten hat, ehrlich gesagt. Ronis ist ganz vernaht in seinem Bio namens das Schnabeltier und er nimmt ihn in einem Käfig mit zur Arbeit. Der Vogel kann sprechen, aber es ist nicht ganz klar, ob er auch versteht, was Menschen sagen. Ja, ich meine, er hat auch häufig nur wiederholt, was Cat ihm vorgesagt hat, aber ich meine, er hat auch schon ein bisschen darauf reagieren können. Zum Beispiel das mit dem Tierschutz, was er selber gesagt hat, das war ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Und das ist auch erstaunlich, dass er das tatsächlich hinbekommen hat. Aber ist ja auch nur ein Videospiel alles, aber trotzdem. Ziemlich cool. Und jetzt haben wir erst hier eine Lupe abgehakt. Die andere fehlt noch, die ich dann vielleicht kriege, wenn ich nochmal mit ihm spreche. Ah, der hat ein Rätsel. Okay. Entschuldigen Sie bitte, Herr Rollins, aber könnten Sie uns sagen, was Sie heute während der Vorführung gemacht haben? Hmph, wenn Sie wollen, dass ich mit Ihnen spreche, müssen Sie mir erst bei der Lösung dieses Rätsels helfen. Natürlich. Wie immer eigentlich. Okay. Nämlich, Rätsel, 34, dreifacher Alarm für 45 Pikarat. In einer völlig dunklen Truhe gibt es drei verschiedene Alarme. Eine reagiert auf Geräusche, der zweite auf Licht und der dritte auf Vibration. Es gibt drei Knöpfe, die jeweils einen dieser Effekte erzeugen. Du musst alle drei Alarme auslösen und dabei möglichst wenig Knöpfe drücken. Okay. Wähle alle Knöpfe aus, die gedrückt werden müssen. Hm. Das ist auch schon wieder interessant. Finde heraus, welche Knöpfe du drücken musst. Okay. Nochmal kurz den Text durchlesen und dann auch gleich die Beschreibungen von den Knöpfen. Erzeuge ein Geräusch in der Truhe. Erzeuge ein Licht in der Truhe. Schüttle die Truhe. Okay. Nochmal, in einer völlig dunklen Truhe gibt es drei verschiedene Alarme. Einer reagiert auf Geräusche, einer auf Licht und einer auf Vibration. Es gibt drei Knöpfe, die jeweils einen dieser Effekte erzeugen. Du musst alle drei Alarme auslösen und dabei möglichst wenig Knöpfe drücken. Okay. Also die einfachste Antwort wäre natürlich einfach alle drei zu drücken, weil dann habe ich definitiv auch alle drei verschiedenen Alarmdinger. Aber da der auch schon steht, dass ich es mit möglichst wenigen schaffen muss, ist es dann bestimmt so, dass es auch mit weniger geht. Die Frage ist, mit wie vielen? So. Lass mal überlegen. Wenn wir den ersten drücken, erzeuge ein Geräusch in der Truhe. Die Frage ist natürlich, was für eine Art von Geräusch das ist. Ich meine, ich sollte es natürlich so hinkriegen, dass einer der Knöpfe vielleicht, vielleicht zwei oder alle drei, von den Alarmen auslösen kann, obwohl er eigentlich nur für einen zuständig sein sollte. Sag ich jetzt mal. Weil zum Beispiel der dritte Knopf, wenn ich die Truhe schüttle, dann erzeugt es ja durchaus auch ein Geräusch, könnte man sagen, weil es ist auf jeden Fall nicht möglich, etwas zu schütteln und das völlig ruhig zu tun, da man halt doch die Schallwellen ein bisschen hin und her schwingen. Deswegen, wenn ich irgendwas schüttle, dann werden dabei auch Geräusche entstehen. Na, deswegen, mit dem dritten Knopf kann ich dann auch gleichzeitig ein Geräusch erzeugen. Ähm. Kann ich damit auch Licht in der Truhe schaffen? Zugleich. Eigentlich weniger, weil es steht ja auch im Aufgabentext, dass die Truhe völlig dunkel ist, also auch völlig abgeschlossen anscheinend, und dass da erstmal kein Licht reinfallen kann. Hm. Ja, ist aber trotzdem nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ähm. Du musst alle drei Alarme auslösen und möglichst wenig Knöpfe drücken. Wähle alle aus, die gedrückt werden müssen. Ich meine, eine andere Option, die ich natürlich auch noch habe, ist, dass ich einfach gar keinen Knopf drücke. Dass ich einfach dann die Truhe gewaltsam an mich nehme und die gewaltsam aufmache und sie schüttle und dann, ähm, halt noch da in die reinschreie oder sowas, keine Ahnung, oder dann ein Lied abspiele. Und dann habe ich auch alle drei Sachen ohne einen Knopf gedrückt zu haben. Aber das geht gar nicht, weil ich kann gar nicht auf bestätigen gehen. Ich muss erst hier irgendwas machen. Ja. Deswegen, das wäre sogar eigentlich irgendwie, würde ich fast sagen, die beste Antwort einfach gar nichts zu machen, weil da steht ja nicht dran, dass man unbedingt die Knöpfe dafür drücken muss. Ich kann ja auch, ohne die Knöpfe zu drücken, kann ich ja trotzdem die Truhe schütteln oder Licht erzeugen oder Musik erzeugen. Aber ich muss die schon irgendwie drücken. Dann würde ich am ehesten halt die beiden sagen, weil Schütteln eben auch ein Geräusch zugleich erzeugt, aber Schütteln nicht auch Licht erzeugen kann. Das kann ich nur schaffen, wenn ich auch tatsächlich den Lichtschalter einzeln drücke. Hm. Das ist aber trotzdem jetzt nicht so ganz zufriedenstellend. Habe ich denn noch irgendeine Möglichkeit, das wirklich nur mit einem einzigen zu machen? Lass mich mal kurz überlegen, wenn ich nochmal kurz alle durchgehe. Also wenn ich nur ein Geräusch erzeuge innerhalb der Truhe, dann erzeuge ich auf jeden Fall kein Licht. Und ich schüttel sie auch nicht, deswegen, nee, das passt nicht. Wenn ich nur Licht erzeuge, dann wird sie auch nicht geschüttelt und ja, Licht, ich meine, wenn ich da so eine Glühbirne anmache, die macht eventuell so ganz minimale Geräusche, das könnte vielleicht noch sein. Also ich kann auf jeden Fall nicht die Truhe durchschütteln. Deswegen, wenn, dann muss ich schon und die beiden hier anmachen. Hm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weswegen ich hier auch ganz gerne wieder Hinweise benutzen wollen würde, ehrlich gesagt. Weil es auch sein kann, dass ich wieder irgendwas falsch verstehe bei dem Rätsel. Deswegen, ich werde mal wieder Hinweise benutzen. Weil, ich meine, ich habe immer noch 67 Hinweismünzen und dafür habe ich sie, ja. Du musst nicht alle Knöpfe drücken. Ja, das war mir schon klar. Ansonsten wäre das Rätsel auch unsinnig, ehrlich gesagt. Egal, welchen Knopf du drückst, ein Alarm wird losgehen. Aha, okay. Das bedeutet, dass du keinen Knopf drücken musst, um ein Geräusch zu machen. Deswegen, ja stimmt, richtig. Da geht ein Alarm los. Das macht natürlich Sinn. Obwohl natürlich bei einem Alarm nicht unbedingt jetzt gesagt ist, dass der auch ein Geräusch machen muss. Weil ein Alarm kann ja auch nur aus irgendwelchen aufflackernden Lichtern oder sowas bestehen. Obwohl das schon meistens auch Geräusche sind, ja. Aber so oder so durch Schütteln entstehen ja auch Geräusche. Und deswegen, das passt schon so alles, ja. Jetzt ist auch noch die Frage, ob ich tatsächlich auch den Lichtschalter drücken muss. Weil vielleicht gibt es doch noch irgendeine Erklärung, die dann auch dagegen spricht, den Lichtschalter zu drücken. Deswegen, ich mache mal den dritten Tipp auch noch. Du kannst den Lichtanarm nur auslösen, indem du das Licht in der Truhe aktivierst. Ach, okay. Ne, dann habe ich es jetzt eigentlich damit mit dem dritten Hinweis bestätigt bekommen. Dann brauche ich den S-Tipp hier nicht. Hoffe ich jetzt zumindest. Ich kann Licht wirklich nur auslösen, wenn ich den Schalter drücke. Wirklich nur. Ansonsten geht es nicht. Ja. Und der Lichtschalter oder der Lichtanarm alleine bringt die Truhe aber nicht zum Schütteln. Deswegen, ich brauche dann die beiden. Ja. Dann werde ich den S-Tipp mal nicht nehmen. Das könnte ja auch ein Fehler sein, weil wir mich vielleicht das Rätsel oder auch die Hinweise immer noch so ein bisschen reinlegen wollen. Ehrlich gesagt. Aber ich werde es mal trotzdem nehmen. Ja. Warum habe ich mir das eigentlich fast schon gedacht? Ich hätte doch den S-Tipp benutzen sollen. Ach meine, sieh dir alle Knöpfe hintereinander an und überlege, was passieren würde, wenn du sie drückst. Das habe ich mir eigentlich überlegt. Aber ich habe es anscheinend nicht ganz rausgefunden, weil ich wieder zu blöd war. Okay. Dann brauche ich den S-Tipp doch noch. Ach meine, hätte ich mir eigentlich schon denken können, wie gesagt. Ach meine, das gibt es nicht. So. S-Tipp. Geräusche entstehen, wenn Luft vibriert. Du musst die Truhe nicht schütteln, da sie vibriert, wenn ein Alarm losgeht. Was? Geräusche entstehen, wenn Luft vibriert. Du musst die Truhe nicht schütteln, da sie vibriert, wenn ein Alarm losgeht. Alleine, wenn der Alarm losgeht, dann wird die Truhe sich schon ein bisschen bewegen. Ja gut, so ein bisschen. Aber es muss dann schon ein sehr, sehr kräftiger Alarm sein, damit er tatsächlich die Schallwellen so stark in Schwingung versetzt, dass auch die Truhe sich dann bewegen wird. Das ist schon auch irgendwie ein bisschen seltsam. Weil ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt eine Truhe daheim bei mir oder halt irgendwie so einen Kasten rumstehen habe und ich halte jetzt so einen Lautsprecher da in seiner Nähe, dann wird der jetzt nicht unbedingt zum Wacken anfangen. Das kennen wir halt zum Beispiel, wenn wir ein Handy haben und das vibriert dann, dann bewegt sich das so ein bisschen, ja. Aber halt nur, weil halt das Handy auch selber vibriert. Aber nur, wenn ich halt jetzt an einen Kasten einen Lautsprecher hinhalte, wo da halt eine laute Musik rauskommt, dann wird der jetzt nicht unbedingt dann sofort vibrieren. Da muss dann schon auf jeden Fall die Musik sehr, sehr, sehr laut sein und der Lautsprecher muss sehr nah dran sein. Ja, okay. Dann werde ich aber mal hier das Licht dann erzeugen. Ja. Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Okay. Eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. Ja, da war ich jetzt, muss ich zugeben, auch wieder kein so großer Fan von dem Rätsel, weil das auch wieder alles irgendwie etwas sehr, sehr komisch war und weil ich das auch nicht so ganz sinnvoll finde, dass dann die Truhe sich tatsächlich so stark bewegen wird, dann deswegen, dass es tatsächlich auch gleich als Vibration gilt. Aber okay. Alarmierend gut. Du musst nur einen Knopf drücken, wenn du Licht machst, geht der Lichtalarm los. Das Geräusch aktiviert dann den Geräuschalarm. Die Vibration der Geräusche dieser Alarme lösen anschließend den Vibrationsalarm aus und schon sind alle drei Alarme aktiviert. Ich meine, die Idee ist ganz cool, da halt durch den Lichtalarm der Geräuschalarm aktiviert wird und dann dadurch wiederum der Vibrationsalarm. Das ist schon eine ganz coole Idee, dass die sich alle so nacheinander dann von selber quasi aktivieren. Das ist eine ganz coole Idee. Aber trotzdem finde ich die Ausführung ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich es auch schwierig, da drauf zu kommen. Aber okay. Und wieder 30 Rätsel gelöst, deswegen wieder ein neues Interviewticket. Und noch was weiteres, und zwar Cuddled Eggs oder sowas, keine Ahnung, mit Trüffelbutter. Alles klar. Neues Rezept wieder. Okay, das war ziemlich beeindruckend. Obwohl ihr Fehler gemacht habt. So sprechen sie jetzt mit uns. Ich würde nämlich gerne erfahren, was sie vor der Vorführung heute gemacht haben. Gut, alles klar. Ich war natürlich hier drin und habe überprüft, ob all meine Geräte auch einwandfrei funktionieren. Sie waren es also auch, der den Film abgespielt hat? Ja, ich war ziemlich schockiert, als auf der letzten Rolle plötzlich eine Szene übersprungen wurde. Und haben sie eine Ahnung, wer die Kussszene gestohlen haben könnte? Hm, nein, nicht wirklich. Ich meine, es ist eigentlich egal. Es ist doch nur ein Film, um Himmels Willen. Ähm, ja, da sie hier schon aussprechen, Mr. Rollins, obwohl sie in einem Kino arbeiten, scheinen sie Filme nicht besonders zu mögen. Kann man das so sagen? Natürlich. Ich liebe eher die Geräte. Albertina und Rosalinda sind mir tausendmal lieber als irgendein blöder Film. Oh, das erinnert mich daran, dass ich Belinda noch sauber machen muss. Man kann ja seine Ersatzausrüstung nicht einstauben lassen, nur weil man sie gerade nicht benutzt. Dieser Knecht scheint seine Geräte ja echt zu lieben. Okay, das zählt als Hinweis, als weiterer, den wir jetzt bekommen haben. Alles klar. Ja, Maschinist. Mhm. Das ist das kleine Rad. Ja. Yay. Okay, schon zwei Hinweise gefunden. Nicht schlecht auf jeden Fall. Filmvorführer, ähm, Seymour Rollins, ähm, äh, nochmal, Seymour Rollins, schwieriger Name irgendwie, hatte jedes seiner geliebten Geräte einen Namen, aber kaum Interesse an Filmen. Vor der Vorführung bereitete er im Vorführer mal alles vor. Hm. Ja, bei diesen beiden Hinweisen habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ähm, es war ja beim zweiten Fall tatsächlich so, dass ich nach zwei Hinweisen auch schon eine Vermutung hatte, die dann nicht so ganz richtig war, ehrlich gesagt, wo ich dann erst mit dem dritten Hinweis noch drauf gekommen bin. Aber jetzt, bei diesen zwei, habe ich noch gar keine Ahnung, ähm, ob es vielleicht er war oder ob er irgendwas mit dem Fall zu tun hat oder ob es doch jemand ganz anderes war, keine Ahnung. Ich werde dann noch weitere Hinweise sammeln müssen und dann erst habe ich auch wirklich eine Ahnung, vielleicht. Hm. Ich glaube, damit sind unsere Ermittlungen in dem Vorführer mal abgeschlossen. Und abgesehen vom maschinenversessenen Seymour Rollins, äh, boah, das ist voll schwierig auszuspärend der Name, Seymour Rollins und seinem Bio gibt es hier nichts Ungewöhnliches. Hm. Ja. Meine Güte, du wirkst richtig in Gedanken versunken, Miss. Schränkst du gerade deine kleinen grauen Zellen an, wie Inspector Hastings es nennt? Oder sie überlegt, wie sie an die Durian-Popcorn rankommen soll? Ich hab's. Ich weiß genau, wo wir als nächstes hin müssen. Ohne den Hauch eines Zweifels. Die Bude mit den Snacks! Im Ernst? Ich weigere mich, ohne meine gratis-Popcorn zu gehen. Im Geiste habe ich schon vor Augen wieder die kleinen Mais-Körner in die Birne poppen. Miss, wir müssen uns auf den Fall konzentrieren. Der Kopf der großen Detektei Layton mit all ihrer stolzen Geschichte und ihrer langen Tradition darf sich von solchen Dingen nicht ablenken lassen. Welche Geschichte und welche Tradition denn? Cat hat die Detektei doch gerade erst gegründet. Ja schon, aber sie wird in Zukunft eine stolze Geschichte und eine lange Tradition haben, solange wir uns nur mal das Popcorn aus dem Kopf schlagen. In einer ganz ganz fairen Zukunft. Beim aktuellen Stand haben wir gar keine Spuren. Ich glaube, wir sollten uns einen anderen Teil des Kinos anschauen. Okay. Der Knabe liegt vollkommen richtig. Erster Schnüffel und dann die Snacks. Na los. Tja, wenn ihr beide nicht mitkommen wollt, dann gehe ich eben alleine. Ach, wie ein Hund, der hinter dem Knochen her ist. Wenden wir uns wieder dem Fall zu. Wahrscheinlich gibt es hier auch irgendwo einen Film-Editor oder Editor oder nicht. Wir sollten schauen, ob wir ihn befragen können oder sie. Ein guter Gedanke, Nabelsstreifen. Voll auf zag. Also, wie finden wir diesen Cutter? Nun, ich schätze, wir könnten Mr. Rowlands fragen. Entschuldigen Sie, Mr. Rowlands, wir würden gerne mit jemandem sprechen, der für den Schnitt des Premierenfilms zuständig war. Sie meinen Phil M. Cutter, natürlich. Er ist der Schnitttechniker. Reaktors berühmter Schnitttechniker? Ja, er ist eines der erfahrensten Mitglieder von Reaktors Crew. Er war heute wegen der Vorführung hier. Da es die Aufgabe des Film-Editors ist, ich weiß nicht, ob ich das Film-Editor oder Film-Editors aussprechen soll, irgendwie so Denglisch oder eher komplett Deutsch, ich habe keine Ahnung, den Film zu schneiden und zusammenzufügen. Sollten wir wohl auf jeden Fall mit ihm sprechen. Ich glaube, ich bleibe bei der deutschen Bezahlung, weil ja auch Film vorne deutsch ist. Er könnte etwas über die verschwundene Kussszene wissen. Wo können wir ihn denn finden? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wohin er nach der Vorführung verschwunden ist. Vielleicht ist er immer noch im Kino. Ziehen wir los und fragen wir herum, ob ihn jemand gesehen hat, Miss. Na gut, sobald ich meinen Popcorn habe, machen wir uns auf die Jagd nach Mr. Cutter. Gib auf, Cat. Ach, vielleicht ist es langfristig gesehen schneller, wenn wir einfach zur Bude gehen und diese Sache aus dem Weg schaffen. Na schön, Miss, du hast gewonnen. Natürlich. Jetzt gehen wir erstmal zur Bude. Das war ja schon klar, Cat schafft es immer, ihren Willen durchzusetzen. Aber na gut. Ich würde dann erstmal sagen, das war es dann hier für diesen Part von Let's Play Latents Mystery Journey, Cat Reel und die Verschwörung der Millionäre. Beim nächsten Mal geht es dann damit weiter, dass wir uns dann erstmal etwas Popcorn holen. Es sei denn, das ist jetzt immer noch aus oder sowas, keine Ahnung, aber hoffentlich wird dann mal Cat Reel endlich ihr Popcorn bekommen, dass sie dann auch wieder ihr kluges Köpfchen einschalten kann und dann auch weitermachen kann. Und dann werden wir diesen Cutter aufsuchen und mal schauen, ob der dann schon neue Hinweise für uns hat und ob ich dann beim dritten oder auch vierten Hinweis dann vielleicht schon so langsam eine Ahnung und eine Theorie habe, was hier so alles passiert sein könnte und wer der Täter ist. Ich bin schon sehr gespannt. Okay. Auf jeden Fall würde mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.